Yo, V-Prime, im nächsten Video will ich das Intro sein, yo, alle liken, alle abonnieren, man, wenn ihr den Lambo von V-Prime haben wollt, das nächste Video wird mit einem Giveaway bestückt, V-Primes Lambo, alle kommentieren, Samra auf die 1, und dem Video einen Daumen nach oben geben, dann macht ihr automatisch beim Giveaway mit. Ich fahr auf gar keinen Fall den hier hoch, kannst du, Digga, ich fahr doch nicht hier hin, damit du den Porsche hochfährst, ich lass den hier stehen, auf Ernst, ich geh, wenn ich drück, alle der vier, Digga. Wenn ihr mich jetzt da alleine schickt, das riecht alle vier. Wir lassen ihn hier stehen, dann fährt eh nie jemand. Oh, ich schwöre, ich hab den nicht gesehen. Ich hab den nicht gesehen. Jetzt hat er den gerodot. Ja gut, wir haben Verletzten hier jetzt. So, fahren Sie mal recht dran hier. Fahren Sie mal recht dran. Hallo, fahren Sie mal recht dran hier mit Ihrem, äh, kommischen Ding da. Alter. Solange solche Idioten hier rumfahren, ne? Solange wirklich solche Holzköpfe hier rumfahren. Ich sag dir ganz ehrlich, normalerweise musst du so'n Typen sofort bannen. Den musst du sofort bannen, Digga, der, den, 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 was trägt der denn zum RP bei? Was trägt der zum RP bei? Ja, die fahren, die kommen von links, die kommen von links. Die, die machen, die sind so geil, ihr seid dicke Masse. Ja, dann zieht hier direkt um, dritte hier um, dritte hier um, dritte hier um, zieht die Mauer und schalte sie wieder raus. Ja, nein, 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 zack. Wenn die Haikang kam, macht es dann auszusteigen. Kommt erst mal nach links, äh, vorn auf den ausgesehen und dann wieder ein Bergpunkt fahren. Geht immer über die, fahrt immer über die. Geht die Kitten oder was? Fahrt über die, fahrt über die, fahrt über die, fahrt über die, fahrt hocht. Kommt auf die Bergspitze, die sind die Helis. Fahrt kommt er so zu den Helis. ich habe daneben geschlagen hast du selber gesagt du schlägst daneben dann habe ich dich doch gar nicht verletzt und es ist doch doch hast du ja gesprochen sich selbst noch ein du trottel also verstehst du es nicht doch doch ist so doof oder tust also genau so oder bist du wirklich durch und trottel trottel ist die beleidigung ist ja kein problem die nehme ich gerne ja genau ja aber es ist doch wirklich ist doch wirklich peinlich ist doch wirklich unangenehm daran peinlich sie ist die alten hier neben mir an wo ich trainiere kann kommen wir an blabber mich voll ist er ist ist die ob man sich sprachen lernen battle kann ich sage nein wo ich ganz ruhig halte einfach mal ihre klappe die für uns genug geredet euch auch noch sagen jungs ne wie sagt man hermano hermano und nicht herrmann und dann also da hat das spricht man so wir stellen uns vor dieses auto hat jetzt richtig dicke fellbezüge und dann fährt das durch die stadt und dann läuft solche musik und das 1 zu 1 das auto das passt 1 zu 1 zu diesem auto und dann hat das noch so felsen bezüge drüber dann ganz ganz laut diese musik und scheibe runter der typ da drin ist ungefähr 50 6 136 millionen ich habe einfach das geld wieder zurückbekommen dann geht nur ich kann jetzt nicht in dauerfunk ich fliege und wird die anderen schießen gerade einer vom dach ist jetzt obwohl ich geklappt mit dem petner oros budget und ich kann die neuen wir an die neuen familien nur appellieren passt ein bisschen auf lasst euch nicht erwischen beim schieten ist ja wichtig hier geht es ja nicht um rp jetzt einfach nur wer besser trifft mitgenommen werden gar nix digga gar nichts machst du du andy digga gar nichts machst du du andy digga gar nichts machst du du schwanz ich kann auch so sagen jungs wenn es nach mir gegangen wäre ich hätte chance am liebsten geclosed nicht aus dem grund dass ich die anderen damit abfacken will sondern für mich ist einfach glaube ich also für mich bene und sharon weil wir so die einzigen sind von damals ist glaube ich chance bis was anderes für die neuen leute sag ich mal und für mich ist das einfach jetzt kein chance mehr weil einfach niemand mehr von chance drin ist so aber wenn die bock haben die sollen das ding weiter machen wir auch sehen wie lange es läuft so ist halt einfach für mich kein chance mehr ich bin bei ihm vielleicht auch noch mal zwei drei sätze zusammenkriegen was soll ich sagen dass er stinkt und mal duschen gehen sollte guter war ja auch dieselben sind einfach das liegt nicht einfach selber sondern in der insel kein bomben ja keine ahnung aber hier wird sich nur im kreis gedreht das hat mir nicht böse ja deswegen seid mir nicht böse ne aber dafür dass tim auf meinen vater geschossen bring ich ihn um alter jetzt hat er nicht wieder hin aber nein und nein und nein gehen sie jetzt von der straße man von der straße mann okay jetzt kommen die kopfsteine schlagen der hat richtig geknackt alter auf der straße mann das war nicht mit absintheit das war nicht mit absintheit ah die Alle fragen mich, wieso ich inaktiv sei Fragen über Fragen, ich kann euch das sagen Die Depression, ficken mein Kopf Baue eine Mauer aus Tränen Schreibe alles auf ein Block und ich weiß Ich bin verdammt und ich weiß Wir gehen zusammen, alles hat ein Ende Nun dann ist das so, meine Zeit läuft ab Meine Seele ist schon tot